Und damit kommen wir schon nach Domington. Diesmal mit der Yamahaupter und ZDF 500. Auch gut. Auf jeden Fall schalte ich SoFahren frei. Die Antenna 3. Ein bisschen zu schnell. Verdammt. Verdammt. Ein bisschen zu schnell. Und zu weit außen. Und wieder zu weit außen. Ja klar. Normalerweise ist es das Nachrichten, den ich eigentlich nicht kann. Aber reicht zumindest schonmal für Silber und Samurai Ghost. Hä? Was ist das? Samurai Ghost. Ist das ein Helm? Was muss ich fahren? 21.7. Brutale Zeit. Ah, verdammt. Aber es wäre gut gewesen. Da habe ich das Gefühl. Ja, natürlich. Vielleicht noch nicht. Schade, schade. Schade, 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 schade. Aber dran. Definitiv dran. Jetzt darf es. Schade, 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 schade. Sehr schön. Und der Samurai Ghost nochmal freigeschaltet. So, Herausforderung 23. Assen. Geht doch ein bisschen schneller voran als gedacht. Zumindest um einiges schneller als hier bei diesen komischen Events. Ja. Okay, wieder mit M1. Tuna. Viel Tuna. Und der gleiche fehlt. Dreimal nacheinander. Ja, natürlich. Mhm. Da habe ich auch Angst. Ja. Na, natürlich. Wird scheiße gelaufen. Zum nächsten Mal. Ah, verdammt. Immer nur ein Stückchen weiter. Verdammt. Auch schlecht gelaufen. Vielleicht starten. Das gibt's doch nicht. Ja. Verdient. bestimmt. So. Da hat's echt gut. Ich kann nicht mal nur noch mehr ausprobieren. Aber ich kann gar nicht mehr einschätzen lassen. Und da gibt's doch ein paar Teile. Ich kann nicht nur noch mal ein paar Teile verkaufen wollen... Und 23.00 ist hier noch zu fahren. Da fehlt noch einiges. Aber es ist auch noch einiges rauszuholen. Das weiß ich. Ups. Ups. Nochmal Ups. Ah, verdammt. Da bin ich gar nicht gut in der Spur gewesen. Verdammt. Verdammt. Da kommt's. Verdammt. Scheisse! Da habe ich sich mindestens 13. liegen lassen, diese Kurve. Ja, natürlich! Das reicht nicht mehr. Natürlich, das reicht nicht mehr. Da, verdammt noch mal! Das gibt es doch nicht. Verdammt! Zu spät gebremst! Verdammt, zu spät gebremst! Verdammt, zu spät! Sogar noch später als vorher! Und ich dachte, Frems wird! Ja, gut, das war klar! Also das ist jetzt ein Pferd, der ist nicht verzeihbar! So langsam werde ich gebügelt! Jetzt, weil die Aufgabe fehlt, dann kann ich so viele Fehler machen! Ja, das war klar! Das habe ich schon von Anfang an gemerkt, dass das nicht gut geht! Traurig ist, dass ich es merke! Ich hätte schon die Kurve vorher ausscheiden müssen! Da war ich schon viel zu nahe dran! Da war ich schon viel zu nahe dran! Ja! 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 Ich weiß ja! Ich hab das doch selber nur schwer sein! Es ist nicht so schwer sein! Aber ich bin zu blöd! Das war klar. Das war nicht klar. Was habe ich da bitte berührt? Mit was bitte? Mit dem Fuss? Mit der Raste? Das war eine Millimeter Sache. Das reicht noch nicht ganz, aber... ...noch mal näher herangekommen. Kann sein, was mit der Yamaha ist. Das ist schwer. Das reicht noch nicht, aber fast. Das reicht noch nicht. Also mit der Farbe bin ich jetzt sehr zufrieden, das war auch ein gutes Gefühl. Also, auch hier Gold und Herausforderung 24, Jerez. Ich werde heute nur etwa eine Stunde 40 aufnehmen, weil ich habe letztes Mal schon sieben Teile gemacht. Das ist die Plotone. Das ist scheinbar noch. Das dürfte eine Honda sein. Das ist eine Honda. Okay, dann muss ich wohl die ganze Zeit mit die Kran. Interessant. So, 23.1 reicht schon mal für Silber und einen Toy-Papelm freigeschaltet. 22,7 für Gold. Da muss noch eine halbe Sekunde her. Das ist das, was wir sagen. Das ist das, was wir hier vertreten. Und da, was wir hier auch heißen. Die Kranse ist doch gar nicht so weg. Ich rede mir. Und da. Damn it. Damn it. Damn, schon wieder. Ah, fast. Da habe ich schon ziemlich viel Zeit gut gemacht. Ich war gar nicht froh, aber irgendwo hat sie gut gemacht. Auf jeden Fall nicht hier. Ich war gar nicht froh, aber irgendwo hat sie gut gemacht. Ich war gar nicht froh, aber irgendwo hat sie gut gemacht. Ich war gar nicht froh. Ich war gar nicht froh. Ich war gar nicht froh.